Hallo, mein Name ist Jose Carlos. Ich bin Live-Car am Strand von Los Gigantes auf Teneriffa. Meine Arbeit ist, das Leben zu retten. Wir alle retten im Schlumber. Der Strand ist ca. 200 Meter breit. Das ganze Jahr ist es sehr ruhig hier. Es kommen Leute aus der ganzen Welt hierher. Im Sommer gibt es mehr Spanier, im Winter Touristen aus dem restlichen Europa. Im Winter gibt es viele ältere Leute, sie kommen wegen dem guten Klima hierher, das wir das ganze Jahr haben. Ich persönlich finde, dass er einer der besten Strände im Süden ist. Die Klippen hier bieten eine großartige Aussicht. Für mich ist es ein Privileg hier zu arbeiten. Es ist sehr schön hier. Die höchste Spitze dieser Klippen ist ungefähr 500 Meter hoch. Kommt einfach her, schaut es euch an, und genießt es. Solo los invito a venir y que lo vean y que lo disfruten aquí.